Einen schönen guten Tag und willkommen zurück. Wir stehen vor Pratzkratz und Amenofis. Ja, Pratzkratz, gucken wir mal. Wir haben hier noch zwei neue Quests bekommen. Fragen über die Götter. Der Seher will wissen, ob ich würdig genug bin, seine Geheimnisse zu erfahren. Er wird mir mehrere Fragen stellen. Nun, aber machen wir später. Pratzkratz braucht Hilfe. Ja, der Goblin Pratzkratz und Amenofis haben Freundschaft miteinander geschlossen. Doch dafür wurde Pratzkratz von seiner Sippe da, also von seinem Stamm ausgestoßen. Wenn ich mich mit ihm unterhalte, wird er vermutlich mehr dazu sagen können. Er glaubt nicht, dass sein Stamm ihn wieder aufnehmen wird und deswegen hat Pratzkratz mir eine Kralle gegeben, damit ich ihn zum Stamm begleiten kann und gerade wegen dieser Kralle, die ich jetzt mal zeigen möchte, die sich hier befindet. Pratzkratz Kralle. Stammeszeichen der Jakenda Goblins. Gut, dann lass mich mal zu deinem Stamm. Menschen mir folgen. Genau. Menschen mir folgen. Finde ich gut. Ah, ist er langsam unterwegs. Mal gucken, ob wir noch was looten können. Wenn er so langsam unterwegs ist, kann er immer so ein bisschen hier im Auge behalten. Hier habe ich auch noch was vergessen. Laborwasserflasche. Hier gibt's noch mehr zu holen. Okay. Mensch, mir folgen. Du auch halten? Na, nicht so ganz. Ich glaube, hier war noch was. Hier noch was. Da bin ich doch durch. Ich säppel. Jetzt gucken wir mal, wo er ist. Hier läuft aber gut weiter. Okay, der hält nicht an. Hahaha. Das ist jetzt links rum gegangen. Aua. Ich dachte, der würde hier in die Höhle reingehen. War aber wohl nicht. Weil er ja so langsam ist, können wir trotzdem noch hier ein bisschen weiter looten. Da ist er doch. Also. So schnell ist er nicht. Der kleine Goblin. So. So. So, wenn irgendwie was sein sollte, werde ich mal vorsichtshalber mal den Ring wieder aus- und anziehen. Kann ja sein, dass irgendwer oder irgendwas auf uns zukommt, weil wir betreten hier wieder ein neues Gebiet. Wo willst du denn hin? Rechts rum oder links rum? Ah, okay. Er geht rechts rum. Können wir mal ein bisschen gucken, ob es hier was ist. Oh, da hinten könnte was sein. Das finde ich nicht so gut. Deswegen mal sicherheitshalber mal ganz schnell noch den Bogen nehmen. Ah ne, ich hab mich verguckt. Ich glaube, ich muss ein bisschen aufpassen. Das sieht mir ein bisschen... Da ist doch was. Ja, natürlich. Razor auch noch. Okay. Oh weia. So. Okay, du läufst noch auf die zu. Oh, die können aber einblittern. So. Ah, das Lootgut hole ich später. Sehr gut. So, wo gehst du denn jetzt hin? Ich speichere mal ab. Ach, da hinten stehen sie. So. Schnell agiert, damit der Sprung nicht so auffällig ist. So, da haben wir ja schon den Wächter. Elitekrieger, okay. Ich bin gespannt, was Pratzi sagt. Der ist doch noch so lang. Der ist ja langsamer als ich im Gehen. Schön. Und hier? Ah ja, hier gibt's auch. Was? Die paar Leutchen? Oder geht's noch weiter? Okay, hier gibt's auch noch Dunkelpilze. Na. Uh, ja, es geht weiter. Okay, später nochmal genauer suchen. Was Lootgut angeht. Oh, ja, es geht weiter. Okay, später nochmal genauer suchen. Das sind aber viele. Möchte ich mir aber nicht zum Feind machen. So, bringe ich mal zu der Bosse. To the Bosse. To the Bosse. To the Bosse. Wow. Hinten springen sie rum. Schön. Das sind viele. Oh, da liegt noch irgendwas aus. Ne, das ist nix. Ne, das ist nix. Er erinnert mich an Fußballspielen. Hier, Gobo. So als Häuptling. Mensch reden. Was der da im Tor steht. Mit gezückter Waffe. Ah, Kratzmatze. Da ist er. Ich speichern mal. Ähm, hallo? Äh. Was wollen Mensch hier? Du wagen zu kommen in unser Lager. Wir dich töten. Moment. Ich habe hier diese Kralle. Woher du haben Zeichen von Stamm? Von Pratzkatz. Äh. Na gut. Du dürfen sprechen. Dann aber verlassen Stamm schnell. Sonst geben Kampf. Ui. Wieso habt ihr Pratzkatz ausgestoßen? Pratzkatz Freund von Menz. Nix gut für Gobo. Und warum? Mensch Feind von Gobo. Menz nix trauen. Du traust Amenofis nicht. Auch dir nix trauen. Du tragen Waffen. Du Feind von Gobo. Auch ich bin nicht euer Feind. Warum dann tragen Waffen? Nur um mich zu verteidigen. Und? Tragt ihr denn nicht auch Waffen? Gobo brauchen Waffen. Gobo viel Feind. Doch Zeit kostbar. Was du von Pratzmatz wollen. Du reden jetzt. Und dann gehen schnell fort. Sonst Kampf. Armenofis ist kein Feind der Goblins. Er ist ein guter Mensch. Das sagen du. Pratzmatz dir nicht glauben. Mensch nix lügen. Sonst palavra zu Ende. Aber er hat doch Pratzmatz gesund gepflegt. Nix da. Alter Mensch haben Pratzmatz verhext. Pratzmatz lieber jetzt Mensch viel mehr als Gobo. Er sei ein böder Tauberer. Er wollen alle Gobo verhexen. Das stimmt nicht. Wie kann ich dir beweisen, dass er euer Freund sein will? Beweisen? Wie wollen Mensch das tun? Stell mir eine Aufgabe, die dir beweist, dass wir es ehrlich machen. Pratzmatz denken nach. Er denkt nach. Kratz, Kratz. Und? Hast du eine Aufgabe für mich? Ja. Mensch müssen beweisen, dass er Freund von Pratzkatz. Und wie? Mensch müssen für Pratzkatz kämpfen. Gegen wen? Gegen starken Krieger Bratzkatz. Was? Ich soll gegen einen Goblin kämpfen. Das ist leicht. Nee. Pratzmatz was vergessen. Mensch müssen in Gobo verwandeln, bevor Kampf beginnt. Geil. Was? Ich soll als Goblin gegen euren Krieger kämpfen? Ja, ja. Wenn Mensch wollen Freund von Gobo sein, er müssen kämpfen wie Gobo. Hier Spruchrolle. Wenn bereit, dann mit Pratzkatz reden. Kampf beginnt dann. Na schön. Wenn Mensch gewinnt, Prüfung bestanden. Wenn Mensch nicht gewinnt, Prüfung nicht bestanden. Klar? Ja, ja. Ist schon klar. Bratzkatz aber nicht töten. Sonst nix freund. Ist klar. Gibt's noch was? Nein. Na, das ist ja eine Aufgabe. Aber eine clevere Aufgabe. So. Zweikampf mit dem Goblin. Kratzmatz stellt mich auf die Probe. Ich soll gegen den Goblin Brotzkatz kämpfen. Darf diesen aber nicht töten. Diesen Kampf muss ich außerdem als Goblin bestehen. Kratzmatz gab mir eine Verwandlungsspruchrolle. Wenn ich mich verwandelt habe, soll ich Brotzkatz ansprechen, damit der Kampf beginnen kann. Oha. So. Mal vorbereitet. Und hier ist der Verwandlungsspruch schwarzer Goblin. den habe ich belegt. Aber erstmal will ich hier der Genauigkeit halber mal auf dem Weg zu diesen Brotzkatz schauen, ob es hier noch was gibt. Ne, das ist Brotzkatz selber. Hier gibt es natürlich nur Pilze. Brotlafffleisch. Wer bist du denn? Wo bist du? Oder habe ich ihn jetzt übersehen? Hm. Der muss doch auch auffallen, oder? Ah. Hehehe. Arena, Arena, Arena. Das ist er, ne? Na, ich würde mal lieber vorsichtshalber nicht die Fernkampfwaffe ziehen, um mich zu vergewissern. Ich nehme es einfach nur an. Ja, dann. Okay. Jetzt hatte ich plötzlich die allererste Waffe im Inventar gehabt. Das war diese... Ja, okay. Ich kann mein Inventar nicht öffnen. Ich bin bereit. ist sehr gut ich hatte hier dort daneben wie willst du da irgendwie eine strategie machen das ist übel aber ich habe es gerade eben so geschafft gerade ebenso und bin zwar außerhalb der arena aber ich weiß nicht ob das wichtig ist ein blutiger kampf liebe freunde ich habe gewonnen rotzkreis brummt vor sich hin okay jetzt passiert erstmal nicht okay hat ein bisschen gedauert dann werde ich mich auch mal ein bisschen auffrischen das geht nicht stimmt ja gehe ich jetzt in dieser montur rüber war ich ja ich noch mal nie funktioniert natürlich auch nicht während ich verwandelt bin ich habe den kampf gewonnen du warst bereit für bratzkatz zu kämpfen das spricht für dich mhm aber mhm kratz mats noch nicht überzeugt dass du freund von gobo bist er gibt dir eine zweite aufgabe was soll ich tun mensch schlimm feind von gobo lurk aber noch schlimmerer feind aha lurk meinst du lurker ja lurk machen jagd auf gobo viele brüder schon von lurk tot gemacht mensch töten schlimme lurk dann kratz mats mensch glauben ich soll also für euch lurker töten würdest du dann pratzkatz wieder in euren stamm aufnehmen wenn lurk tot ist pratzkatz wieder bruder und was ist mit ameno fiss und mir alter und junger mensch dann sind brüder von gobo aber nix andere mensch zwei mensch genug gut einverstanden wo finde ich die lurker lurk seinen gobo höhle nix weit von hier in nebengang ahja puh liebe leute ich werde mich mal wieder zurück verwandeln okidoki und dann was trinken jetzt gibt es die ganze zeit so ein ton im hintergrund wer da läuft dieses so tief komme ich nicht wenn ihr wisst was ich meine ich glaube dass er beim neu laden nachher wenn ich neu laden sollte das hat dann besser drauf ist okay hier habe ich alles gelutet also dass der ton dann weg ist so sein in nebenhöhle das wird wohl das hier sein gucken wir mal ob das wirklich richtig ist freundschaftsdienst dann schauen wir einigen lurkern bedroht immer wieder die jagd kommt jetzt machen wenn ich lurker töte wäre kratz mats bereits pratz mats wieder im stamm aufzunehmen so dann ist hier natürlich das erledigt schön und ich werde mal neu laden vielleicht ist dann der brummton weg nee der ist automatisch weg gegangen während ich gerade meinen speicherstand vorbereitet habe okay okay ich kann auch rennen gut buddler flash ich höre sie schon ich höre sie schon wie viel das sind auf jeden fall sehe ich hier schon mal jakenda gift lurker okay okay dann ist es ja taktisch genau richtig sie mit dem gift pfeil zu erschießen okay dann geht es nicht mehr weiter deswegen erst mal eine runde looten gibt es hier noch schätze kann ja sein nicht auf den pilz treten da kriegt er dillen so dann wird bestimmt hier auch noch was auf mich looten dauern meine ich nicht abhauen kaputt gegangen gut ja das ist eine einfache quest entspannung pur finde ich gut da hinten ist noch einer so viele will ich nicht haben nicht jeder feil muss unbedingt treffen oder trifft den stein da hinten da ist ja schon einer hallo wieso wird er nicht richtig anvisiert naja das gift wirkt muss mal langsam eine neue giftresistenz erforschen aber das wird wahrscheinlich erst später möglich sein naja dann habe ich jetzt mal abgespeichert da hinten geht es weiter stopp ok da ist nichts mehr die steine sind könnten im weg sein ja perfekt geklappt noch mehr ok hier akribisch immer in die ecken gehen und looten super wir fallen gar nicht so auf ok wunderbar schön aber unsere erfahrung sagt ja dass lurker meistens in der nähe von gewässern ist das wäre jetzt hier nicht der fall aber ausnahmen bestätigen die regeln das sind ja gift lurker das ist eine andere spezies ach kann man wieder richtig schön dunkel pilzzuppe machen und ich ich hier noch weiter oder es sieht aus als wäre das als würde es noch weiter gehen nur da ist eine hecke vor ich höre da noch was da ist auch noch was drin ein schwarzer troll auch noch hm hm wie weit ist denn der entfernt oh gott oh den werde ich wohl nicht so einfach stopp kommt der hier durch oh cool der kommt da nicht durch hm jetzt ne ich möchte nicht mit mit einer nahkampfwaffe eliminieren dann lieber so oh tausend erfahrungen so gucken ob es noch was gibt geht nicht danach aus hä wo bin ich bin ich jetzt woanders habe ich noch eine karte generiert gehe ich mal wieder hier durch irgendwo werde ich hier auch wieder an die stelle kommen dann kann ich ja den troll entdecken na wieso bleibe ich hier hängen mein wohl alles was naja ok wir warten auf mich und dann wieder zurück zum obergobo die aufgabe ist erfüllt was du sagen lurk tot ja die lurker sind tot dein volk muss sich keine sorgen mehr machen wenn menschfeind von gobo töten er muss freund sein von gobo genau wenn du freund dann alter mensch auch freund hm gut raskrass kann wieder bruder sein du nimmst ihn also in eurem stamm auf und amenofis und ich sind eure freunde ja ja kratzmatz das sagen mensch können glauben kratzmatz nix lügen mensch seien jetzt freund von stamm und alles klar gobo gehen gut mensch freund alles gut gut ja das freut uns doch alle schön ja dann guck ich mal wo ratz kratz sich rumtreibt da müsst ihr irgendwo wo na wo bist du denn hm ach da ist er ok unsichtbar ok hey und was sagst du bratzkatz dir sagen dank du freund wie ameno bratzkatz nicht vergessen dank dank was wirst du jetzt machen bleiben bei gobo wenn gobo bruder aufnehmen sie machen ganz großes fest und amenofis bleiben gut freund von bratzkatz bratzkatz immer zu ameno gehen bratzkatz jetzt dürfen so da ist er wieder ich hab mal gespeichert und neu eingeladen ja schade gut ok hätte ich jetzt auch erstmal verbessern können aber so ist es nun halt eben gelaufen dass er halt eben im gespräch unsichtbar war so auf dem rückweg noch ein bisschen gucken ob es lootgut gibt da ist was und wie wir alle bemerken ist es ein bisschen dunkel deswegen werde ich mal hier in der gobo höhle übernachten dann sehe ich dann auch die sachen besser da war da noch was da war da noch was menschenfleisch ziemlich groß hier die höhle ok ich mach das mal im off hier ja jetzt habe ich hier alles im off abgesucht über meinen kopf ist der eingang der höhle der gobo höhle und ich habe hier alles abgesucht und habe drachen wurzel und eine sonnen aloe gefunden habe mir gedacht da muss doch hier auch das gebüsch sein wo ich den schwarzen troll erledigt habe das habe ich hier mit auch untersucht das ist gut dann geht es weiter zurück zu unserem armenofis und da springe ich dann hin doch bevor ich ihn anspreche mache ich doch lieber erst mal einen einen abstecher hier in die höhle vielleicht gibt es hier was zu finden feuer teufel ok sorry kamera der schläft da könnten wir ihn doch überraschen indem wir ihn mal ein paar hiebe versetzen bevor er uns angreift oh ja er ist sehr zäh und robust jetzt sehe ich das mit den kombos erst leute ich weiß nicht die leute die meinen kanal verfolgen habe ich schon wahrscheinlich schon gelootet da habe ich ein neues spiel vorgestellt droh war forsaken kin da war ja im tutorial ein eine eine anleitung wie man kombos ausführt und zwar in dem immer in dem moment während derjenige gerade zuschlägt wo bin ich denn jetzt hier ach kommt mir bekannt vor ich bin auf dem plateau alles klar und das ist bei gothic auch so stopp da war noch was zu looten und ich war ja immer so einer der immer so aller rissen immer rum gehämmert hat also jetzt asche auf mein haupt liebe freunde habe ich das jetzt erstmal hingekriegt ok also jetzt erst nach 381 folgen Amenophis wir sprechen dich jetzt mal an ich im Moment nicht erstmal abspeichern ich konnte deinem freund helfen sein stamm hat ihn wieder aufgenommen wofür ich dir sehr dankbar bin doch eins wundert mich warum hat dich plötzlich das schicksal dieses kleinen goblins so interessiert deine freundschaft zu hat mich nachdenklich gestimmt vielleicht ist es ja wirklich eines tages möglich dass menschen und goblins freunde werden können es freut mich dass du deine ansichten geändert hast trotzdem solltest du weiterhin vor den goblins auf der hut sein denn unsere freundschaft mit pratzkatz wird wohl leider eine ausnahme bleiben dachte ich es mir ähm was für eine prüfung das wäre dann halt eben das nächste was wir bei ihm machen müssten so jedenfalls erfüllte mission genau alles klar 2 cup im goblin pratzkatz braucht Hilfe Amenophis ist sehr erfreut dass wir ihm helfen konnten Oh zum Dank gab er mir einen wertvollen Trank da gucken wir doch gleich mal nach liebe Freunde was es denn als einen wertvollen Trank gibt Gibt es denn einen wertvollen Trank? Ja und zwar ein Elixier des Geistes Gluck 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 und an dieser Stelle mache ich Schluss für diese Folge Wir sehen uns beim nächsten Mal Wünsche euch noch weiterhin schöne Tage und bis zum nächsten Mal Euer David Tschüss